Hi Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becci und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar müssen wir heute alles dafür tun, in die Schule zu kommen, Leute, um jeden Preis. Egal, ob wir Fieber haben, wir müssen in die Schule, denn Ariana Grande tritt auf in unserer Schule. Aber das dürfen wir nicht verpassen, deswegen müssen wir Mama um jeden Preis überzeugen, dass wir in die Schule müssen. Diesmal wird nicht geschwänzt, wir wollen unbedingt hin. Und deswegen spielen wir heute Roblox Need More Coal. Ich will wieder drei von euch enden, Leute. Das haben sich so viele von euch gewünscht. Also lasst mir gerne einen netten Kommentar da mit eurem Roblox-Namen. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auf meiner Freundesliste und dann können wir vielleicht mal was zusammenspielen. Und ja, wenn ihr noch hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und lasst unbedingt einen Daumen nach oben, damit ich mehr solcher Games mit euch zocken soll. Und ich würde sagen, let's go! So Leute, wir machen mal mit dem Game starten. Oh mein Gott, es geht los. Natürlich nehmen wir Celsius, bei uns gibt's nämlich nur Celsius, deswegen zack und los geht's. Oh mein Gott. Der Anfang. Okay. Was ist los hier? Heute ist endlich der Tag und Ariana Grande kommt zu uns in die Schule. Oh mein Gott. Mama lässt mich aber nicht, weil ich gestern Fieber hatte. Oh nein, jetzt haben wir tatsächlich Fieber. Ich soll sie davon überzeugen, dass sie mich in die Schule lässt. Geh und rede mit deiner Mutter. Ähm, wir hätten uns nicht Fieber wünschen sollen. Das war keine gute Idee. Jetzt kommt Ariana Grande zu uns in die Schule und wir sind krank. Das geht nicht. Natürlich stecken wir alle freiwillig an. Mama, wo bist du? Bist du hier? Doch, das sieht nach Mamas Zimmer aus. Okay. Gehen wir mal zu Mama. Oh Mama, du hast ja... Weiße Haare. So Mama, jetzt muss ich aber ernsthaft mit dir reden. Du musst mich in die Schule lassen. Das ist mal genau das Gegenteil. Hey Mama, da ich der beste Sohn ever bin und ich überhaupt nicht krank bin, kenne ich bitte die Schule? Nein, du hast Fieber. Bist du dir sicher? Bitte prüf das nochmal. 40 Grad. Ja. Esther, du hast ein Fieber. Bleib zu Hause. Ich muss irgendwie nicht abkühlen. Ich hab nie die Idee. Lasst uns alle die Fenster öffnen. Jetzt müssen wir genau das Gegenteil machen. Wir müssen alle Fenster öffnen. Okay, hat Mama ein Fenster hier? Scheinbar nicht. Nur nicht mal mehr ein Bild von Papa. Ich weiß jetzt, warum Papa das letzte Mal traurig war. Meine Eltern sind, glaube ich, geschieden. Fenster auf. Los. Okay. Ne frische Brise. Einfach mal die Birne abkühlen. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Was ist das denn? Ich hab ein privates Klo. Ich hab das Gefühl, bei Mama geht es uns irgendwie besser. Mama passt wenigstens noch auf uns auf. Dann wollen wir mal die anderen Fenster aufreißen. Zack. Zack. Und ich glaub, wir haben alles gemacht, ne? Ja. Wetten, wir müssen auch den Kamin ausmachen. Ich kann mir gut vorstellen, wir müssen den auch noch ausstellen. Aber egal, gehen wir jetzt zu Mama. Jetzt bist doch mal Mama. Ich muss jetzt abgekühlt sein. Ich bin gesund. Äh, Mama, ich bin's nochmal. Was? Alter, voll freundlich. Äh, könntest du bitte wieder meine Temperatur messen? Bitte, bitte. Ich glaub, das Thermomil ist irgendwie kaputt. 38 Grad. Ja. Ein bisschen weniger, aber du hast immer noch Fieber. Du bleibst zu Hause. Wir müssen jetzt wieder die ganzen Lichter ausmachen. Wir müssen quasi das Gegenteil machen von vorher. Was ist das überhaupt? Jetzt machen wir mal ein Käpt'n-Oars. Okay. Licht aus. Licht aus. Alter, wir stehen auf dem Licht. Aber Mama ist ein pinkes Girlie. Das lieben wir. So nice. Okay. Licht hier aus. Ist das ein Licht? Was ist das? Warum leuchtet das? Ähm, das haben wir ausgestellt. Und jetzt hier auch noch. Zack. Licht aus. Hat die Lette auch noch ein Licht? Irgendwie nicht. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Okay. Das müssen wir auch noch ausmachen. Das auch aus. Gibt's noch mehr Licht da? Was ist hier draußen? Ist das die Garage? Was ist das denn? Das sieht nach einem guten Plan aus hier. Wir machen wahrscheinlich alles kalt. Haben wir noch Licht da? Irgendwo ist ein Licht versteckt. Wo ist das letzte Licht? Wo bist du? Licht, wo hält's nicht versteckt? Das hier? Müssen wir das hier ausmachen? Hä? Wo ist das letzte Licht? Mama hat auch kein Deckenlicht. Ah. Oh Mann. Hätte das nicht mal bitte jemand sagen können? In der Garage ist auch noch ein Licht. So. Miss mein Fieber. Mama. Ja, Sohn. Die Temperatur. Also. Nee. Die mitteinander reden. Okay. Mama hört. 34 Grad. Du hast ein Fieber. Was? Wir haben kein Fieber mehr. Wir sind leicht unterkühlt. Er hat gesagt, vielleicht sollten wir die ganzen Heizungen ausstellen. Wahrscheinlich müssen wir auf minus 1000 Grad gehen, Leute. Okay. Hat Mama hier irgendwie... Hier ist ein Vent. Kann ich durch ein Vent verschwinden? Irgendwie nicht. Hat Mama hier eine Heizung? Nö. Mama ist sehr sparsam. Sie hat keine Heizung. Oder ist das... Nee, das ist eine Heizung. Ach so. Dachte schon. Die Tür ist ja auf. Also. Eine frische Brise kommt rein. Hallo? Haben wir noch mehr? Nö. Doch. Eine noch. Ach so, ja. In der Garage. Bin voll planlos, ey. Jetzt müssen wir wieder mit Mama reden. Mama, lass uns zum Ariana Grande Konzert. Ich bin nicht krank. Hör auf, so fürsorglich zu sein. Wir lieben das nicht. Du nervst. Ich glaube, es besteht die Wünschkette, dass irgendwie das Demometer nicht funktioniert. Und? Also, könntest du bitte wieder die Temperatur messen? 28 Grad. Du hast immer noch Fieber. Geh schlafen, Sohn. Mann, sie lässt mich immer noch missen. Wie denn, wenn wir die Ventilatoren anschalten? Mama, wie kannst du mich immer noch nicht in die Schule lassen? Okay, hat sie hier einen Ventilator? Ich glaube, das Ding ist das, ne? Ah. Ich dachte, Mama ist schon Kapitän geworden. Hier, zack an. Es ist Hochsommer. Wir sind schon so kalt. Okay, war's das? Ne, da hinten ist noch einer. Jetzt. Jetzt muss uns Mama aber in die Schule lassen. Hey, Mom. Was machst du hier schon wieder? Ich dachte, du wärst schon längst schlafen gegangen. Nope. Aber was ist denn falsch daran? Nichts. Okay. Sehr liebevoll. 12 Grad, Sohn. Hör auf, mich zu nerven, bitte. Alter, bitte was? Das ist gar nicht gut. Wir können uns noch mehr abkühlen. Ah, ich hab eine Idee. Der Kamin. Wir müssen den Kamin ausstellen. Wohin schaust du so? Geh weg. Husch, husch. Okay, Mama. Du willst es nicht anders. Wir machen die ganze Bude hier kalt. Wir haben jetzt hier irgendwie ein Korb. Wohin müssen wir damit? Hier hin? Müssen wir Wasser holen? Vielleicht in der Küche. Da. Oh yeah. Wir haben jetzt Wasser. Und damit machen wir den Kamin aus. Mama, warum sonst den Kamin anzuschweißen? So. Tada. Wir haben den Kamin ausgestellt. Ob das jetzt reicht, finden wir es ja raus. Okay, Mama. Jetzt aber. Jetzt musst du mich zum Ari-Konzert lassen. Bitte. Liebste Mutter, könntest du bitte nochmal dein wundervolles Thermometer an meine Stirn halten? Okay. Alter, voll das Geschleime hier. Danke, liebste Mutter. Ah. Oh mein Gott, nein. Sechs Grad? Nimm eine kalte Dusche, Sohn. Tolle Idee, Mutter. Tolle Idee. Oh, ich hasse kalte Duschen. Wer auch? Ne, in unserem Zimmer war das Badezimmer, ne? Latsch unsere Mutter immer durch unser Zimmer ins Badezimmer? What the heck? Okay. Kalt baden. Nice. Eww. Voll eklig. Okay. Dann wollen wir mal. Ich mach doch an. Achso, wir müssen uns erstmal ausziehen. Müssen wir zum Schrank? Achso. Oh, jetzt sind wir lang. Ups. Schaut bitte nicht hin, okay? Jetzt können wir nicht kalt waren. Yeah. Auf geht's. Oh mein Gott. Und? Werden wir jetzt zum Eisblock? Oh. Oh mein Gott. Okay, Mama, jetzt bin ich richtig kalt. Ich werde bestimmt minus zwei Grad sein jetzt oder so. Okay, Mama. Ich bin jetzt sicher, ich habe kein Fieber. Lass mich das dann mal eben checken. Jetzt muss sie es glauben. Yes, man. Oh mein Gott. Also wir schleifen so hart. Null Grad. Als ich in deinem Alter war, war es ganz normal, minus 2000 Grad zu haben. Also geh jetzt und ess dein Frühstück. Ernsthaft jetzt, Mama? Minus 2000 Grad war normal? Bist du ein Yeti? Das erinnert mich an Eltern, die erzählen von dem heftigsten Schulweg, den die hatten. Sie ist bestimmt der Meinung, sie lief erstmal über die Alpen, bevor sie zur Schule gegangen ist. Kam als Eisblock an. Kein Wunderbar, warum du minus 2000 Grad hast. Okay, dann essen wir jetzt Eis zum Frühstück, würde ich sagen. Ich meine, wenn es da rumliegt, Mama. Wer war schuld? Äh, noch mehr? Okay, was gibt es noch? Gibt es kaltes zu trinken? Eiswürfel? Ah, hier. Ah, wir machen uns eiskaltes Wasser rein. Nice. Ja, minus 1 Grad mehr. Okay, dann wollen wir mal zu Mama gehen und uns wieder beschweren. Ich habe Frühstück gegessen, aber ich fühle mich jetzt irgendwie kälter als vor. Könntest du bitte nochmal das prüfen? Das ist ein guter Grund. Na klar, warum nicht? Minus 40 Grad. Es ist immer noch in Ordnung, also mach dir keine Sorgen. Weißt du, ich bin eigentlich kurz davor aufzugeben, aber ich kann den Ventilator irgendwie nicht vergessen. Wenn ich die da drin kalt mache, wird es doch auch im Haus kalt. Okay, wir brauchen jetzt Eis und müssen das vor den Ventilator machen. Let's go. Wo kriegen wir Eis her? Hier. Okay, und da müssen wir Wasser wahrscheinlich reinfüllen. Ja, haben wir erledigt. So. Und jetzt müssen wir damit wahrscheinlich, ja, zum Kühlschrank. Uh, so schnell geht das. Wow. Und jetzt müssen wir es in den Ventilator reinlegen. Okay, hier rein. Zack und zu. Und jetzt? Wird es richtig kalt hier, oder was? Mutter, ich glaube, ich habe die Elektronen ionisiert mit der He... Okay, das klang mega schlau. Minus 10 Grad. Jetzt gehe ich raus aus meinem Zimmer und ruhen. War auf zu nerven. Das wird jetzt eine ernste Sache. Ich weiß genau, was ich tun soll. Ich muss den Haupterhitzer im Garten explodieren lassen. Okay, was brauchen wir dafür? Irgendwie hier von was? Brauchen wir nix? Okay. Dann checken wir mal den Hintergarten aus. Mal gucken, was hier ist. Mal gucken. Ich sehe total motiviert aus. Uh. Wir haben hier Dynamit. Was willst du machen, Kiddo? Du kannst reden? Du kannst reden. Burn. Oh mein Gott. Ich glaube, Mama wird das nicht so sehr freuen. Okay. Wird es dadurch kühler zu Hause? Ich meine, es ist Feuer, ne? Ich weiß ja nicht. Aber okay. Mama, ich tue alles dafür, zum Ari-Konzert zu gehen. Ist mir egal, wie weit ich gehen muss. Temperatur. Oh mein Gott. Voll Befehl. Minus 220 Grad. Gehe ich schlafen? Ich brauche mehr Kälte. Wir müssen den Pool voll machen mit... In der Garage. Okay. Flüssiges Stickstoff ist das, meine ich. Schnappen wir uns das mal und vereisen den ganzen Pool. Alter. Alter, es ist so schwer. Was war nicht alles dafür, zu dir? Ich habe Ari zu dir. Aber ich würde auch alles dafür tun. Leute, wirklich jetzt. Äh, wo ist der Pool überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Hier bestimmt nicht, ne? Wahrscheinlich da hinten, oder? Ja, doch. Hier ist unser Pool. Alter, was ist das für ein Riesenpool? Ja, aber auf jeden Fall. Wer kennt das bitte auch? Mach mal jetzt Hände hoch, Emoji. In die Kommentare. Und schreibt mir vielleicht auch noch eine Situation dazu, wo ihr auch sowas war hattet. Was habt ihr da verpasst? Weil immer dann, wenn du krank bist, passieren die geilsten Sachen in der Schule. Ist immer so. Die machen die Ausflug, chillen, haben Frühstück, gucken Film. Okay, äh, wie können wir das jetzt hier reinwerfen? Muss ich hier runter? Bin ich falsch? Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Wahrscheinlich muss ich hier vorne ran, oder? An den Pool? Doch, ja. Alter, so umständlich. Irgendwas passiert jetzt hier. Oh, tadaa. Mama, bitte check doch mal meine Temperatur. Nein. Was? Mama, bin du... Äh. Minus 23 Grad. So, das ist immer noch ein Fieber. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Geh ins Bett. Weißt du was? Ich glaube, da draußen ist ein Shop und der genau das, was ich brauche. Finde etwas in dem Shop draußen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Mama will nicht anders. Wir brauchen noch mehr. Äh, Giant Fans to stay chilly. Also riesige Ventilatoren, um sich abzukühlen. Das klingt gut. Hi. Hi. Willst du es kalt haben? Oh ja. Äh, wie viel würde ich das machen? Ungefähr eine Million, wenn du dir das leisten kannst. Okay, dann werden wir es direkt über Express schicken. Okay, äh, ich bring's dir per Express. Wie wollen wir das bezahlen? Mit Mamas Bankkonto oder was? Äh. Ah! Ein großer Hülle Windbühle. Das nenne ich mal riesig. Sorry, Mama, ich hab deine Kreditkarte genommen und es ist so riesen Ventilator in den Garten zu stellen. Aber wir haben ja eh einen XXL-Problem. Also ich glaube, du bist rich. Mama, fühlst du dich nicht ein bisschen kalt? Ich glaube, das sagst du nur, damit ich wieder deine Temperatur messe. Okay, Mama, könntest du bitte meine Temperatur noch mal messen? Minus 1020 Grad, du hast? Ein Fieber. Du musst immer noch zu Hause bleiben. Das gibt's nicht. Jetzt kann mich nur noch Gott trennen. Wir müssen jetzt beten. Nein. Nein. Wo machen wir das? Hier? Wo, wo, wo gehen wir jetzt beten? In unserem Zimmer? Äh, am Bett? Wo beten wir denn jetzt? Am Schreibtisch? Drauf? Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Warte. Ah, beten. Hier. Allmächtiger Gott, ich bin zu dir gekommen, nach deiner Hilfe zu fragen. Ah! Das ist nicht. Es ist herrscharf. Gott, mach auf! Wer traut sich meinen Schlaf zu stören? Oh nein, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es war, es war eigentlich nicht. Was willst du? Ja, also ich wünsche mir ein bisschen Schnee, damit es kälter wird. Das wäre nett. What? Es hat funktioniert. Oh mein Gott, wir haben Schnee begonnen. Ja, okay. Wir gehen jetzt ab zu Mama. So, Mama. Es hat geschneit draußen. Es wird sich kaum im Sommer. Ich habe gebetet. Wäre vielleicht doch eine Möglichkeit da, weil ich vielleicht doch kein Fieber habe. Ja, ja, okay. Minus 2020 Grad. Wow. Du hast keinen Fieber. Ein Scherz. Erzhaft jetzt. Erzhaft. Ich brauche mehr Kälte. Mach eine Decke über die Sonne? Really? Äh, Ari wird abfrieren, Mann. Müssen wir unsere Bettdecke nehmen? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir nach draußen gehen? Bis dahin ist Ari F1. Wir können ja nicht mehr zu ihrem Konzert, Mann. Da. Wirf die Decke. Ari, eine Gönne braucht mich. Das muss jetzt getan werden. Oh mein Gott. Schneller. Ich brauche mehr Kälte. Noch schneller? Mehr. Oh mein Gott. Die brauche mehr Kälte. Ah. Äh. Ah. Wow. Na, okay. Vielleicht tritt sie ja doch noch auf. Ich meine, es ist ja nur dunkel. Okay, wir gehen jetzt ab zu Mama. Also ich laufe hier nagelschrum, ne? Hab nix an. So Mama, Misswahl. Minus 120.020 Grad? Oh. Ich glaube, du hast wirklich kein Fieber. Äh, ja gut. Dann kannst du in die Schule gehen. Ja, kriegen wir da wenigstens jetzt das Ari-Konzert. Ich warte die ganze Zeit darauf. Geh in die Schule. Oh mein Gott. Ich freue mich. Ab geht's in die Schule. Hallo Busfahrer, ich komme. Äh, ist das Joker, der uns fährt? Ich weiß ja nicht, ne? Macht mir ein bisschen Angst. Okay, das Ende kommt jetzt. Gutes Ende. Vielleicht. Naja, wenigstens kann sie jetzt Ariana Grande treffen. Was war das bitte für ein Ende? Was war das? Oh mein Gott, das Spiel ist so durch wie das letzte Spiel. Ehrlich jetzt. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Aber ich finde es unfassbar lustig. Aber wie fandet ihr das Game von 1 bis 10? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.